0-2 verloren bei Fortuna Düsseldorf 2. Wie enttäuschend ist das Ergebnis für euch heute? Wenn ich das alles mal so kurz nach dem Spiel betrachte, ist das schon bitter. Wir haben eigentlich ganz gut gespielt, waren meiner Meinung nach die bessere Mannschaft. Unsere Chancen nicht gemacht und dann halt durch so zwei dumme Tore kommen wir da in Rückstand, was eigentlich total unnötig und sinnlos ist. Das ist jetzt nach dem Spiel wirklich enttäuschend. Was auffällig war heute, dass es keine Balljugend gab, eine nervige Angelegenheit, nicht nur für die Zuschauer, aber auch vor allem für euch. Ist das irgendwo auch spielentscheidend? Was heißt spielentscheidend? Das ist bestimmt alles schon so gewollt, auch von Fortuna Düsseldorf, dass sie da schön Zeit rausholen, auch dann wie wir in Rückstand waren, natürlich hinter jedem Ball hergetrabt. Das sind halt so ihre Tugenden und wenn sie das meinen, dass sie das zum machen müssen, dann muss man das so akzeptieren.